Vom Borkenkäfer in Franken jetzt zu einem Riesenwaller in Oberbayern. Zwei Fischer am Weicheringer See im Landkreis Neuburg-Schumhausen, die haben gestern wohl den Fang ihres Lebens gemacht. Einen Riesenwaller, fast drei Meter lang und 96 Kilo schwer und ungefähr 30 Jahre alt. Über eine Stunde hatten sie mit diesem Riesenfisch gekämpfte Haken an der Angel, war eigentlich viel zu klein dafür. Letztendlich haben die beiden den Fisch dann doch mit vereinten Kräften an Land gebracht. Fachmänner haben den Fisch verarbeitet und verteilt unter anderem an eine bedürftige rumänische Großfamilie.